Moin Moin liebe ElbkickTV Zuschauer zum X-Tipp Spieltagstipp. Wir tippen heute den 27. Spieltag der Kreisliga 8 und dafür habe ich mir den Sturmbüffel vom 1. FC Quickborn auf unser Sofa eingeladen. Steven Schönfeld, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir fangen dementsprechend auch gleich an mit der ersten Partie, das ist Lied gegen Halstenberg-Relling. Wie meinst du, wird die Partie enden? Ja, wird glaube ich ein spannendes Spiel. Jedoch ist Lied weiter oben in der Tabelle und ich glaube, die entscheiden das auch für sich. Die spielen zu Hause. Das wird ein 3-1 für Lied. 3-1 sagst du, fängst also dementsprechend relativ torreich an. Zweite Partie, Germania gegen Union Tornisch. Wie wird das Spiel enden, Steven? Er setzt sich ganz klar auf Union Tornisch. Sympathische Truppe, verrückte Leute, immer ein Spruch auf Lager. Ich denke mal, Jungs, ihr macht das. Die dritte Partie, die wir angehen, ist Ranzau gegen Genschla Bialicci. Was meinst du, wer da am Ende vielleicht als Sieger vom Platz gehen wird? Keiner. Ich gehe davon aus, dass sie 1-1 spielen und damit ist beiden, glaube ich, nicht ganz recht getan. Aber ich glaube, einen Sieger wird es dann nicht geben. Die Partie wird also Remis ausgehen. Nächste Partie, die wir angehen werden, ist Murege gegen Hemding-Bilsen. Dein Tipp da? Hemding-Bilsen, zwei starke Spiele gemacht gegen uns. Ich setze auch auf Hemding, auf 3-1 in Murege. Die machen das. Vorletzte Partie für dieses Wochenende in der Kreisliga 8. Hedling gegen Tussholstein-Quickborn. Geht gegen euren Stadtrivalen. Bist du da eher, dass du denen die Daumen drückst oder sagst, okay, da das unser Stadtrival ist, möchte ich, dass sie verlieren? Ne, ich drücke natürlich die Daumen. Es waren immer geile Derbys, die sollen noch nicht absteigen. Die sollen in der Kreisliga weiter spielen nächste Saison. Und ich tippe auf 3-1 für Tussholstein. Kommen wir jetzt zur letzten Partie, die wir tippen werden. Geht da natürlich um deine Mannschaft gegen den 1. FC Quickborn. Ihr empfangt morgen Egenbüttel. Für euch geht es um Aufstieg. Ich habe mich vor dem Spiel nochmal schlau gemacht und mit deiner Tochter gesprochen. Sie wünscht sich morgen zwei Tore von dir. Meinst du, du kannst ihre Wünsche erfüllen? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, wir gewinnen das Spiel und können eventuell auch was für unser Torverhältnis tun. Julian Günther, da nochmal eine Ansage an dich. Ich denke mal, du wirst morgen am Anfang anspielen. Morgen sind zwei Buden Pflicht. Und die wirst du auch machen, davon bin ich überzeugt. Und ja, Egenbüttel ist nicht zu unterschätzen. Haben die letzten Spiele viele Punkte geholt. Jedoch sage ich, dass wir das Spiel gewinnen. Du gehst also mit einem Sieg für euch aus diesem X-Tipp-Spieltagstipp. Das war es von uns heute. Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.